Guten Tag, mein Name ist Ludwig Kemmer und ich bin Mitarbeiter bei der Visumax Coding GmbH. Hier bin ich zuständig für die Roboterprogrammierung. Die Visumax Coding ist ein Unternehmen im schönen Waldbüttelbrunn in der Nähe von Würzburg. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Finish-Prozess, wo es um das Anschleifen und Auspolieren von lackierten Oberflächen jeglicher Art geht. Wir sind durch Recherche auf dem Gebiet der Roboterprogrammierung auf ArtiMinds aufmerksam geworden und waren überzeugt, in Zukunft viele Vorteile durch die Zusammenarbeit zu erhalten. Durch die Software von ArtiMinds lassen sich mit Leichtigkeit neue Roboter in allen möglichen Anwendungen integrieren. Einfach Roboter und zusätzlich angeschlossene Module in der RPS auswählen und schon kann es losgehen. Bei unserer Anwendung geht es darum, auf verschiedenen Bauteilen vorhandene Fehlstellen zu erkennen, diese kraftgeregelt anzufahren und anschließend auszupolieren. Hier werden die Fehlstellen durch das Kamerasystem erkannt, welche die Koordinaten an den Roboter weitergibt. Der Roboter inklusive Kraftmomentensensor und Polierkopf übernimmt dann den Rest. Die größte Herausforderung bei der Anwendung stellen diese Fehlstellen dar, die auf jedem Bauteil an verschiedenen Stellen liegen. Eine klassische Roboterprogrammierung war deswegen hier nicht möglich. Die Programmierung mit der ArtiMinds RPS und den eigens für uns angepassten Fahrtbausteinen ermöglichte uns einen viel intuitiveren Ansatz. Der Service von ArtiMinds stand uns hier jederzeit unterstützend zur Seite. So konnte der Roboter die Fehlstellen immer präzise und selbstständig anfahren. Durch das zusätzliche Force-Modul hat die Polierbewegung außerdem immer den perfekten Anpressdruck. All diese Funktionen und die Simulationen der ArtiMinds RPS ermöglichen schon im Vorfeld ohne großen Aufwand zu bestimmen, ob ein Kundenprojekt mit den gegebenen Faktoren realisiert werden kann. Wir sehen hier eine Anwendung, bei der lackierte Bauteile aus der Automobilbranche vollflächig poliert werden. Der Roboter fährt dabei kraftgeregelt auf den Referenzpunkt, um auch bei Abnutzung der Polierbürsten immer mit dem gleichen Anpressdruck polieren zu können. Die Polierbewegung wurde mit dem angepassten ArtiMinds Pfadbaustein aufgenommen, was den Programmieraufwand im Gegensatz zur herkömmlichen Programmierung erheblich verkürzte. Wir haben uns entschieden mit der Firma ArtiMinds zusammenzuarbeiten, weil die Lösungen, die uns aus dem Hause angeboten wurden, entsprechend gepasst haben für die Anwendungen aus unserem Bereich. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, es ist sehr sehr leicht vom Handling und der dementsprechende Support aus dem Hause ArtiMinds ist mehr als umfangreich und man hat zum richtigen Zeitpunkt immer den richtigen Ansprechpartner, wenn das vonnöten ist.